Servus Leute, heute habe ich was von Husqvarna mit dabei. Dieses Fahrrad wurde mir freundlicherweise extra hierfür vom Außendienstler zur Verfügung gestellt. Da würde ich auch noch mal recht herzlich Dankeschön für sagen. Hier aber handelt sich das um einen Husqvarna aus der Extreme Cross Serie. Um genau zu sein, ist es das EXC10. Ja, das Fahrrad wollen wir uns heute mal ein wenig anschauen. Fangen wir ganz typisch an mit den Laufrädern. Drinnen verbaut ist von DT Swiss die FR1950. Wie ich finde, eines der schönsten Laufräder, die man hier drin verwenden kann. Kommt nun die Laufräder mit einer 30er Felgenbreite. Diese Felgenbreite lässt auch ein bisschen Variation zu in der Reifenbreite. Und da kommen wir nämlich genau zu einem Thema. Das Fahrrad wurde zuerst angepriesen mit zwei Sechserreifen. Ausgestattet ist es aber am Ende mit einem 2,35er Reifen. Wer sich daran stören sollte, bietet Husqvarna einen kostenlosen Umtausch an auf dem 2,6er Reifen. Kommen wir weiter zur Federgabel. Hier drin sitzt die Fox 40 Factory drin. Wie ich finde, die schönste Federgabel, die man überhaupt in so einem Downhill Rad verwenden kann. Was wir nicht vergessen dürfen, die Bremsanlage. Hier sitzt die Shimano Seen 4 Kolben drin. Vorne mit einer 100, äh ne vorne und hinten mit einer 203er Scheibe drin. Und original gleich mit gesinterten Belegen. Display sitzt hier von Shimano das E8000 drauf. Gepaart mit der E7000 Bedienerinheit. Das Display selber ist, wie ich finde, eins der absoluten Schönheiten, die wir zurzeit auf dem Markt haben. Neben dem Kiox Display von Bosch. Es hat allerdings nicht besonders viele Funktionen. Also es ist ein bisschen oder ein bisschen sehr minimalistisch. Aber gerade für so ein reinrassiges Downhill Rad genau das Richtige, was man da verwenden kann. Akku ist jetzt hier nicht von Shimano, sondern vom Hersteller Simplo. Daher haben wir hier sogar 630 Wattstunden drin. Und das Ganze ist auch schön integriert. Ladebuchse haben wir hier unten auf dem Oberrohr mit einer netten Gummiabdeckung. Wirklich schön gemacht. Motor selber sitzt hier typisch der E8000 drin, aus dem Hause Shimano. Hier auch noch mal eine schöne Kleinigkeit. Daran sieht man, dass das Fahrrad ein reinrassiges Downhill Rad ist. Wir haben hier sogar nur 160 mm Kurbellänge verbaut. Dämpfer haben wir hier auch wieder was absolut reinrassiges verbaut. Hier behandelt sich das um den Fox DHX2 Factory mit Stahlfeder. So nebenbei, auch am Hinterrad generieren wir 200 mm Federweg. Schaltgruppe ist auch hier Reihenwerk auf Downhill ausgelegt. Schaltwerk hinten sowie Schalthebel vorne ist Shimano Saint. Sehr robust, sehr solide, sehr standhaft. Kassette dadurch natürlich ein bisschen eingeschränkter. Wir haben jetzt hier eine Zehnfachkassette drauf. 11 zu 36 Zähne. Die Entfaltung dabei, Entfaltung ist halt eine Kurbelumdrehung hier. Wie viel Strecke lege ich zurück? Und das ist im kleinsten Gang 2,08 Meter. Und im höchsten Gang kommen wir dann auf 6,83 Meter. Sattelstütze ist hier auch wieder eine sehr, sehr schöne Lösung. Hier drin verbaut ist von Keinshock die E20i. Die Länge der Sattelstütze variiert hier ein wenig zwischen den Rahmengrößen. Und zwar hat, so wie in diesem Fall, die Rahmengröße S 100 mm Hub und M und L haben dann 115 mm Hub. Ja, was hier sehr, sehr schön gemacht ist, wir haben die Zuglegung durch den Rahmen. Und was ich nebenbei, ja, ich sehe es immer wieder, eine sehr, sehr schöne Lösung hier geworden ist. Der Zug liegt unten am Motor ein kleines Stück frei. Mich selber freut das sehr, sehr gut, sehr, sehr stark. Daher, wenn wir die Sattelstütze verstellen, können wir unten den Zug ein bisschen rausziehen, ohne dass wir da irgendwie einen Knick reinmachen. Neben Züge hat Husqvarna hier auch noch weitere schöne Lösungen gemacht, wie ich hier sehe. Wir haben hier hinten in der Strebe auch eine schöne Lösung, wie die Züge verlegt sind. Die sind ja noch zusätzlich mit Kabelbindern in die Bucht mit reingezogen. Und was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist der Speed-Sensor. Der Speed-Sensor sitzt ganz hinten an der Ratennarbe. Und da sitzt der Magnet mit zwei Torxschrauben auf der Bremsscheibe mit festgemacht. Wirklich sehr, sehr schön gelöst das Ganze. Kommen wir weiter zum Gewicht des Fahrrads. Ich habe hier jetzt Rahmengröße S, ist natürlich die kleinste Variante, somit auch die leichteste. Und für mich gab es eine kleine positive Überraschung. Die Angabe im Katalog scheint zu stimmen, denn ich komme auf exakt dasselbe Ergebnis. Das sind 26,3 kg. Die zulässige Gesamtlast des Fahrrads beträgt auch hier 130 kg. Alles im Allen haben wir hier wirklich ein sehr, sehr schönes, reinrassiges Downhill-Fahrrad. Mit diesem Fahrrad kann ich wirklich im Bikepark jede Menge Spaß haben. Und da sind wir nämlich genau bei dem Punkt, dieses Fahrrad besitzt seitens Herstellers eine offizielle Freigabe, ebenfalls für Bikeparks. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich habe weiter nichts vergessen. Ich sage recht herzlich Dankeschön fürs Zuschauen und würde mich auch freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder hinschaltest. Bis dahin. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.